Also, Mr. Situation, versuchen wir's nochmal von vorn. Warum macht ihr das alles? Hab ich doch gesagt, ist nur so ein Jersey-Ding. Was soll das bedeuten? Sie verstehen mich einfach nicht, es ist ein Jersey-Ding. Hör auf, dich dumm zu stellen. Vielleicht ist er ja wirklich dumm, Randy. So blöd ist doch keiner. Also, was habt ihr vor? Es ist ein Jersey-Ding, verstehen Sie? Sie müssen aus Jersey sein, um das zu checken. Da kommen Sie! Da kommen Sie!